Ich bin patzig, wenn ich patzig werden will. Wie wird die Glamour patzig, ey? Werd mal. Ja, da hast du aber Angst. Jetzt schon vorher, da seh ich schon. Hm. Angst. Ja, was denn sonst? Klar, Angst. Hm. Hm. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Hm. Angst. So, letzte Säule, dann haben wir das auch hinbekommen. Hinbekommen gehaben wir. Hinbekommen gehaben. Getut. Top. Schon alles aus. Geiles Geodreieck. Müsst du jetzt mal bitte das Geodreieck in Ruhe? Hm, nee. Na, man kriegt das auch leider nicht mehr vernünftig hin hier, die ganzen Wasserströmungen. Aber sieht darunter ja eh keiner. Richtig. Komm, jetzt lass uns gemeinsam über die Globe rücken. Hand in Hand, oder was? Hm. Dann so halt im... Galopplauf. Falalalala. Komm jetzt. Galopplauf. Lalalala. Okay. Lassen sie gemeinsam betreten. Okay, und los. Falalalala. 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 Komm mit. Nee, ich trau mich nicht. Ich bin schädig. Nicht schuscheln sein. Schuscheln. Nicht schuscheln sein. Schuscheln. Schuscheln. Cool. Sieht echt geil aus, ne? Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich ein Weg dahin. Der Weg ins Grauen, sag ich mal. Hö. Ja, lande ich mal eben kurz. Landeanflug. Hallo. Hallo, mein Name ist Landeanflug. Ja. Ist dein Name denn auch Landeanflug? Ja, wo denn hier Gravel haben wir denn so, Matthias? Kies, da ist es. Wie weit willst du denn da denn ziehen? Hintersumpfgebiet? Bis zum Haus. Bis zum... Haus. Ja, irgendwie muss ich da ja hinkommen. Bis zum... Haus. Ja, sag's bitte nochmal, dann werde ich sie auch nochmal bejahen. Bis zum... Haus. Ja, Patrick, bis zum Haus. Du hast es richtig verstanden. Ja. Auf der anderen Seite... Da haben wir ja höchstens bis zum Igler, aber da weiß ich nicht, wo das ist. Und da wird doch eh eingeschneit. Hm? Da wird doch der Weg eh eingeschneit. Ja, aber dann kann man danach schön Säulen setzen. Mit Fackeln. Lächerlich. Aber schön. Lächerschwanz. Ja, Lächerschwanz. Aber schön. Ja, los. Nicht zugucken. Machen. Ich. Willst du das echt einfach so breit ziehen? Ich fand das eigentlich cooler, wie wir es beim Haus gemacht haben. Ja gut, aber wenn es ein Dreierweg ist, müssen wir auch erstmal mit dem Dreierweg anfangen. Ja, aber doch nicht die ganze Zeit, oder? Hm? Ich weiß gar nicht, was haben wir da denn? Wie, was? Ja, was haben wir da denn? Was? Was? Mommchen, ha? Hm. Ja, da haben wir das einfach nur so vereinzelt hingestreut. Also zur Tür logischerweise zwei, aber ansonsten... Na gut, aber also von der Breite her können wir es ja so lassen und dann, wie du schon gesagt hast, verstreuen wir es langsam ein bisschen. Gut. Der Baum ist leider im Weh. Tja. Muss halt dran glauben. Füllelein, Baum. Boah, diese Mad-Bugs, ne? Schlimm, oder? Hm. Was sind wir denn da? Geht so, ne? So, dieser Trampelpfad. Hier ist ne Schlucht. Äh... Dann Marava... Das ist so. Oh. Sag auch mal Caravan. Hm, Caravan. Hui, beinahe 3-0-Bayern, ne? Äh, wo ist Drek? Drek, da bist du. Hallo. 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 So. Plum. Dann sette mal die Time. Und da an Büchern, und hier, und dort, und jenes, und da, und hier, und da, und hier, 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 und Können ich nix? Also Greenpeace hätte jetzt glaube ich ein bisschen was gegen mich. Ich glaube wir das ja auch weg machen. Und die würden sagen, super, weiter so. Super, weiter boi mich fallen, ja. Ja jetzt haben wir halt das Problem mit dem Wasser dazwischen. Aha. Müssen wir hier ein bisschen improvisieren, einfach ein bisschen auffüllen im Hecht. Nix Hecht. Nix Hecht oder was? Nee. Geh doch weg. Guck mal, die Kuh wartet schon auf den nächsten Bus. Guck mal, hier ist ne Haltestelle. Cool. Guck mal, die Kuh wartet schon auf den nächsten Bus. Lässt du mal deine Mutter bitte? Finde ich nicht korrekt, dass du hier steckst, ey. Haha, ich schlage meine Mutter, wenn ich das will, ja. Ja? Ha? Hier könnten wir eigentlich, äh, geradeaus durch. Guck mal, hier ist ein kein Kies, hier brauchst du gar nichts machen. Cool. Wack, 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 guck mal du. Gut, wir sind durch. Ja gut, hier würde ich dann den Kiesweg einfach mal gerade durchziehen. Dann mach mal weiter deine Löcher und ich fülle auf. Löcher? Ich fülle dann deine Löcher auf. Ich fülle dann meine Löcher, oder was? Na, fülle ich gut. Du füllst meine Löcher richtig gut. So. Ich bin ja ein bisschen vereinzelt hier. Huch, da würde ich eigentlich auch gehen. Müllermilch. Das drückte Mal ein bisschen. Wo wollen wir eigentlich rauskommen? Ja, am liebsten ja hier links lang, ne? Aber da kommst du ja auch nicht vernünftig rum. Weil wenn dann müssen wir wieder hier den Berg hoch und so. Oder durch den Berg durch. Wäre da auch was. Was hast du dazu? Könnte man machen, oder? Also ich fände es auch echt lustig eigentlich. Wenn wir in der Beschreibung jetzt hier dann gehen. Dann lass das so machen. War ein bisschen wieder trampelfadig hier. Trampelfadig. Trampelfadig. Din, din, din. So. Ja, fast zu vereinzelt, würde ich sagen. Ja, ich mache ja auch nochmal wieder ein bisschen. Ja, aber... Das, das, die jetzt passt dazu eigentlich. Wieder schön aufgefüllt, deine Löcher. Shit. Schau mal noch hier lang. Ich eile. Frag mich, warte mal kurz. Ich komme dir von hier mal, oder ich versuche dir mal von hier entgegen zu kommen. Was ist von hier? Ja, also vom Haus. So, dann warte ich mal auf deinen Durchbruch. Ja, ich spüre, er kommt. Was ist denn nicht angesetzt? Boah, Alter. Oah, ich f eigenart. weißt du eigentlich achten gesagt